Das sind afrikanische Wildhunde. Ich bin immer noch im Zoo in Amsterdam. Die sind ziemlich selten in freier Natur. Ja, ihr seid selten. Bejagung und auch Hundekrankheiten wie Hundestolpe etc. haben die so ziemlich zur Auswertung gebracht. So viel weiter bin ich hier in der Ecke noch nicht gewesen. Jetzt sind sie alle hier, bei der Zeichnerin. Die ganzen afrikanischen Wildhunde. Jetzt kann sie die alle malen. Vielen Dank.